Wir kommen zur Auslosung meines Gewinnspiels, wo ich den Kreativer Haul hochgeladen habe, La Blanche. Und wir werden jetzt sechs Gewinner suchen. Und zwar diesmal werde ich tatsächlich nicht überprüfen, ob ihr Abonnent meines Kanals seid. Ich könnte das hier. Habe aber jetzt rausgefunden und ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Ich habe hier oben zwei Möglichkeiten, meine Liste zu dingsen. Einmal nach größter Beliebtheit und einmal nach Aktualität. Und wenn ich nach Aktualität gehe, dann zeigt er mir meine Abonnenten von den letzten fünf Monaten an. Wenn ich nach größter Beliebtheit gehe, ist es über zwei Jahre Abonnenten. Aber eben war der Fall, dass zum Beispiel Mionia Ju irgendwie so heißt sie. Habe ich größte Beliebtheit eingestellt, sehe ich sie nicht. Ist nach Aktualität, sehe ich sie. Also irgendwas stimmt hier bei YouTube gerade nicht. Deswegen gibt es diesmal das Glück, eventuell auch nicht Abonnent meines Kanals zu sein und trotzdem zu gewinnen. Und deswegen ziehen wir jetzt sechs Gewinner. Und fangen an. Als erstes hat gewonnen Melanie Engelhorn für alle sechs. Ihr kontaktiert mich bitte auf irgendeine Weise, mir egal wie. Ihr findet sämtliche Links unten in der Videobeschreibung, Instagram, E-Mail, Facebook, wie auch immer. Ich muss dann nur wissen, wer ihr seid. Wie ihr hier bei YouTube heißt. Hi, bin ganz geplättet. Wusste bis jetzt noch gar nichts von und über La Blanche und deinem Kanal. Scheint, als hätte ich so einiges verpasst. Tschüss, bin bei La Blanche. Und jetzt hast du auch noch was gewonnen. Dafür herzlichen Glückwunsch. Die nächste, Mandy Krause. Zweite Gewinnerin. Mandy Krause. La Blanche ist wirklich ein Traum. Die Designs sind zum Verlieben. Deine Videos sind auch immer wieder super. Freue mich jedes Mal aufs Neue. Mach weiter so und danke für die Verlosung. Ich probiere gerne mein Glück. Glück hattest du und auch vielen Dank für deinen lieben Kommentar. Mist Fruchteisen. Oh wow, mega schöne Sachen. Die Flasche ist der Hammer. Vielen Dank für die tolle Gewinnchance und schönen Feiertag. Lustig ist, dass wir heute wieder Feiertag haben. Mist Fruchteis hat gewonnen. Mist Fruchteis. Und die vierte Gewinnerin oder Gewinner, Karin Müller. Karin Müller. Noch zwei. Vier haben wir schon. Herzlichen Glückwunsch. Wie immer ein tolles Video. Super schöne Aktivite, die du geshoppt hast. Die Schrumpfohlen sind ja mal mega toll. Ich denke mal, du willst auch gewinnen. Techmesser 1. Techmesser 1. Und der letzte ist der Hase mit Punkten. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Der Hase mit Punkten. So, allen anderen, seid nicht traurig. Es wird immer wieder mal Verlosung auf meinem Kanal geben. Ich danke euch fürs Mitmachen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.